Fantastisch! Ja genau, da springt die Katze gerade noch vom Tisch, weil das Spiel basiert doch einfach meiner Meinung nach darauf, dass man diese Kämpfe macht, aber gut, wir können uns auch demnächst einfach mal 10 Minuten lang die Karten angucken, wenn wir das wollen, wenn ihr das wollt, so, das ist aber jetzt dazu eigentlich genug, wir fangen, oh da kommt schon was, da müssen wir mal hier so ein bisschen, na komm, das macht mal, ey Prinzessin, schieß doch, wie lange braucht die denn schon wieder, äh, ja gut, so, da setzen wir mal den Königsriesen, Oh, oh, da kommt Gift, okay, dann muss ich jetzt die Feuergeister ein bisschen außerhalb setzen und hoffen, dass sie nicht durch den Radius durchrennen, ne, machen sie nicht, okay Na, jetzt hat er die natürlich gesetzt, dann kriegt die Hexe mal so einen drüber und der Mini-Pekka kann dann jetzt vom Ritter aufgehalten werden, da haben wir das schon mal ganz gut durchbekommen, den ersten Angriff, so, jetzt kann ich auch das erste Mal gleich den Funky nehmen Ich wechsle das momentan immer so ein bisschen hin und her, je nachdem, was gerade da ist natürlich, man muss mal gucken, wie sich das Deck immer am Anfang gestartet Dann können wir jetzt mal probieren, mit Funky und Königsriesen durchzuwandern, das, äh, funktioniert meistens ganz gut, wenn man Königsriesen dort davor setzt Und die Feuergeister kommen dann auch schon, das heißt, das könnte wirklich funktionieren, sei denn, er kann natürlich irgendwie mit der Rakete oder irgendwas jetzt auf den Funky schießen Dann ist die Sache natürlich gelehrt oder er kommt und so in die Quere Das ist natürlich dann auch nicht so schön Und jetzt schießen, jetzt haben wir nämlich das Problem, dass dieser behinderte Kackturm auf den Riesen schießt und nicht auf die Lakaien und die Lakaien alles da kaputt machen können So Das ist nämlich dann wieder das Problem gewesen Das ist so doof manchmal bei den Türmen, wo die, dann schießen die nicht auf die Lakaien, dann schießen sie mal eben die Lakaien wegmachen, weil die Barbaren ja eh den Riesen angreifen, ne Aber solange wir die Barbaren brauchen, um den Riesen zu zerstören, äh, schießen die Düsseligen, schießen die Düsseligen, äh, schießen die Düsseligen, äh, schießen Düsseligen Turm nur auf den Ding ist, so Ah Ah Zack, geht mal weg da, du hässliche Hexe, so Na ja gut, der Turm ist schon mal down, aber wir sind noch gar nicht so schlecht auf Kurs eigentlich Jetzt fährt er da rüber Das heißt, wir können jetzt mal hier So, kleinen Angriff starten Können jetzt mal hier so einen kleinen Angriff starten Auf jeden Fall Ja, da brauchst du noch nicht seppen, Kollege Wie oft kann der diesen Riesen denn sitzen? Das ist ja schon wieder unglaublich Das ist doch nicht mehr feierlich Was da schon wieder kommt So, top Und jetzt kriegt er hier voll einen vornatz Mal schauen, ob wir da nicht schon direkt durchkommen jetzt Okay, Mini-Packer Kriegt er mal ein paar Barbaren da hin Zum Schutz 1-1, aber 700 nur noch für uns Das sieht doch ganz gut aus Also, die wird uns noch fehlen sozusagen 98 Oh nein, jetzt noch Feierabend Ja, komm, das machen wir aber so Da gehen wir mal jetzt nicht über den Feuerball Sondern bringen das Ganze so ehrenhaft zu Ende Mit dem Barbar Jawohl Das startet doch schon mal sehr vielversprechend Tyron SS Jawohl Doppelte Funky Gedönster hat Oh, hier können wir Habe ich gerade ganz vergessen Habe ich gerade ganz vergessen So Barbaren Oh, ich kann meine Barbaren bald machen Wenn ich denn mal Gold hätte Ja Das bringt mir natürlich diese 72 aus der Gratistruhe Mal gar nichts Aber Auf Dauer wird sich das schon ansparen Sechs Barbaren noch Jawohl Gritta König 16 Königsriesen Diese Goldtour war wirklich mal gut Da sind wenigstens Sachen drin Die man wirklich mal gebrauchen kann Das Problem ist halt Ich brauche Gold Man hat echt immer Chronischen Goldmangel Das Goldmaximum liegt bei einer Million Wie lange soll man denn spielen Bis man eine Million Gold hat Wenn man sich das jetzt mal nicht Also mal jetzt abgesehen davon Man kauft es sich natürlich Aber Wenn man sich das nicht kauft Da kriegst du doch nie im Leben Eine Million Gold zusammen Vor allem Was willst du damit machen Die legendären auf Was weiß ich Upgraden Keine Ahnung Man weiß es nicht Man weiß es nicht So So Machen wir mal schauen Was da jetzt Kommt der Feuerball Dann machen wir mal so weiter Wenn man jetzt noch eine Rakete hat Dann weiß ich schon wieder Bescheid Boah Ich hatte letztens schon wieder So einen abartigen Hüttentyp Ne Konnte ich schon wieder Richtig durchdrehen können Und wieder eine Kackhütte Nach der nächsten gesetzt Jetzt konnte ich leider nicht Mit den Königsriesen Vor den Funky setzen Aber wir setzen ihn einfach mal dahinter Ist jetzt auch egal Obwohl da kommen jetzt die Kobolde Die sind aber weg Wir setzen ihn einfach mal dahinter Um diese scheiß Kanone loszuwerden Und setzen ihn hier mal Falls noch irgendwas kommt Die Prinzessin Ah ok Mini Pekka macht die Prinzessin Natürlich jetzt nicht so viel Schaden dran Aber ich hätte gedacht Vielleicht hätte er Lakaienhorde etc. gesetzt Dann Hätten wir den Mini Pekka Oder hätten wir die Prinzessin Ganz gut nutzen können So Ist aber nicht so dramatisch Wir sind immer noch Ganz gut auf Kurs Auch wenn er da schon wieder Komm weißt du was Arschlecken Machen wir den Scheiß mal weg Oh gut Da hat er sogar noch Den Schweinereiter reingesetzt Das war nett von ihm Dass er sogar uns noch Den Schweinereiter da In die Range reinsetzt Von dem Vieh Von dem Feuerball Da kann man sich doch dann Nicht beschweren So komm machen wir es jetzt mal so Wie gesagt Ich bin ein bisschen heiser Ich muss zwischendurch mal Husten Und keine Ahnung was Aber Das soll uns eigentlich Jetzt nicht weiter stören So Mini Pekka Kommt nicht durch Sehr schön Sehr sehr schön Jetzt müssen wir uns Ein bisschen langsamer ernähren Als eben Aber es wird noch Es wird Wir sind noch auf Kurs Denke ich Nehmen wir jetzt mal Den Königsriesen Und danach Wenn es denn nicht Irgendwie wieder Dazwischen kommt Den Funky Komm Setzen wir uns schon mal hin hier Am Ende ist es ja eh scheißegal Ob man wartet oder nicht So Ja komm mach schon den Knallzauber Das war abzusehen Und jetzt kommt der Feuerball Ja das war auch abzusehen Ist aber gar nicht mal so schlimm Ist gar nicht mal so schlimm Weil jetzt können wir das So schön machen Und er dürfte eigentlich Ah fuck Der ist verrutscht Der ist verrutscht Aber jetzt Gucken wir mal Ob wir jetzt mit dem Funky Noch einen Schuss Wir wollen ja nur einen Schuss Ein Schuss Ah nicht auf die scheiß Kobolde Du Deme Ja dann müssen wir das jetzt mal so machen Die 400 Punkte Die müssen wir uns noch Ach wieder so eine hässliche Kanone Mein Gott Was soll das denn ewig Jetzt aber doch Eins Zwei Drei Ja Sehr schön Können wir noch ein bisschen verteidigen Hier machen wir mal so Hier machen wir mal so Und fertig Und fertig Sehr schön Das läuft doch heute wieder ganz gut Würde ich sagen 38 Pokale Sehr schön Ne sehr schön Wann das eigentlich Beides Level 9 Äh Sieht man jetzt gar nicht mehr Ne Wo ist denn Nicht doof Doch Spieler Level 9 Und auch Level 9 Okay Alles klar Ein Kümmer noch Ein Kümmer noch Ein Kümmer noch So Gefrorener Gipfel Kiki Fight Let's Dig Lingo Let's Dig Lingo Ja gut Alles klar Tadadadam Ist das immer so Mit diesen drei Schwerkobolden Da zu Anfang Kriegen doch eh Sofort Auf die Mütze Oh oh Ah Hexe noch erwischt Gott sei Dank So Mini-Bäcker Auch tot Aber unsere Prinzessin auch Ja gut Dann müssen wir jetzt mal gucken Wie wir das noch irgendwie Über die Bühne bekommen Ja 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 Also man merkt auf jeden Fall Es sagt ja eigentlich Das kann ich am Internet Ich merke definitiv Den Unterschied Wenn ich hier am PC spiele Mittlerweile der jetzt Nicht mehr über WLAN läuft Sondern über LAN Und Ich hab das nämlich mal umgestöpselt Und über Sandy Man merkt definitiv Einen Unterschied Auch wenn wir das Einige Leute nicht glauben wollen Man merkt ihn einfach Ich weiß auch nicht Warum sowas immer Angezweifelt werden muss Das WLAN ist halt Manchmal ein bisschen buggy Und dann ist es auch gut Naja egal So Auf jeden Fall Läuft es hier am PC Deutlich Deutlich besser jetzt Oh jetzt wird es aber interessant Jetzt brauchen wir wirklich Die Barbaren denke ich Zack Obwohl die jetzt auch gerade schon Relativ lange gebraucht haben Um sich noch abzusetzen Obwohl wir schon 5 hatten Na egal Das soll uns jetzt mal Nicht weiter beschäftigen Das Thema 684 fehlen uns noch Das könnten wir doch mal Jetzt erstmal So machen Schön die Hexe da noch Am Rand mitgenommen Ich will die weg haben Die nervt immer so Ja gut Hätte ich jetzt natürlich Auch dafür benutzen können Na egal Ritter nochmal da rein Schon mal als Vorhut Und dann machen wir es mal Mit den Feuergeistern Mal gucken ob das schon reicht Der Ritter tankt Ah klar Schade Da hat er sie natürlich Weggesamt Okay jetzt müssen wir mal gucken Erstmal die Prinzessin Schon mal dahin Und dann wieder die Barbaren Dann dürfte Oh Feuerball Oh da hat er mich Ein bisschen ausgetrickst Aber es reicht noch Es reicht noch Jetzt weiß ich nur nicht Wie ich da mal wieder Durchkommen sollte Müssen wir den Königsriesen nochmal nehmen Jetzt kommen wir gegen Diese ganze Kleingelumpe Nicht so wirklich zu rammen Für zwei Schüsse Muss das doch reichen Oder Komm Einen noch Jawohl Oh da hat er die Prinzessin verfehlt Ich glaube das war Oder es war Absicht Und er wollte nur auf den Turm schießen Das weiß ich nicht Aber er kriegt in 20 Sekunden Sowieso noch einen Das heißt wir müssen auf jeden Fall Gucken dass wir jetzt da Direkt mal Ein bisschen mehr in die Offensive gehen Einen Feuerball Wird er doch wohl noch kriegen Oder Ah doch nicht Aber wir hätten es sonst So nach oben noch geschafft Ich hätte gedacht Er kriegt noch einen Feuerball Er hat irgendwie vor Bei 20 Sekunden Den letzten Feuerball abgeschossen Ich hätte gedacht Vielleicht kriegt er noch einen Aber ist natürlich egal Nehmen wir natürlich so gerne Trotzdem mit Jetzt haben wir 39 38 30 90 99 107 Pokale plus gemacht In drei In drei In drei Kämpfen Nehme ich natürlich gerne mit So wir sind erstmal durch Würde ich sagen Ach komm hier Ein paar Barbaren können wir spenden Bis ich auf 1000 20.000 Gold bin Habe ich dann komplett Wir sind erstmal durch Würde ich sagen Ich bedanke mich fürs zugucken Daumen da oben Wenn es euch gefallen hat Bis dahin Macht's gut Und tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal